Das ist ja richtig geiles. Ich nehm Witzschatten von Deko! Hey, wer schießt da schon wieder? Ich hab auf... Hallo dem Jungs und Willkommen zu einem Pokerclub Event. Das heißt, alle wetten hier, Willkommen zurück zu GTA Online mit Kev... Alliyallooo! Und mit den Losers! Mit Deko und Labossa! Labossa! Oh, da hat jemand das falsche Auto! Cheat-Bosser, nein, das ist Cheat-Konstruktion. Die Cheat-Konstruktion ist da neben mir. Ja, das ist ja... Wird gleich gesandwiched. Ja, oh, und drei Runden direkt. Habt ihr auch alle schön gewettet? Ja, weil da stand eine Poker-Club, da müssen wir hier alle wetten. Oh Gott, oh Gott, da bin ich halt erst mal ausgenockt hier. Der beste Poker-Spieler, den es gibt. Ja, ja. Oh, nein, das hat sich gerade angehört. Oh, was? Nice. Lol. Nicht wahr. Direkt vor dem Kackpunkt. Haben wir den Barbossa noch erwischt? Oh, shit. Nein, nein. Lena war sie. Was ist denn das? Oh, nein, das ist nämlich ein Dreier-Looping, da muss man nicht aufpassen. Nein, das ist nicht. Oh, was ist das denn? Ey, du Arsch, komm nicht hoch. Es geht ab. Ich hab's geschafft, Mann. Lena, ey. Es ist der First-Try. Ich weiß nicht, ich möchte einfach hier irgendwas schaffen. Die Jungs, die hatten eine grandiose Idee. Wir sagen so häufig First-Try. Häufig ist es auch so, dass wir das fälschlicherweise sagen. Und wie geil wäre das denn, wenn es First-Try-T-Shirts gibt. Und wenn ein Designer da draußen ist, brauchen Designs für... Aber ich möchte so mit der First-Try-Try-T-Brille damit. Genau, mit der Try-Try-T-Brille drauf, da steht First-Try. Sobald du einen Pullover an hast, kannst du es nicht mehr schaffen. Soll er dir durch gutes Fahrersches Können, ja? Sie haben ja zu Deko wieder aufgeschlossen. Also ich hab mit übel zwei drunter gefallen. Ich hab den Käff da hinten in Sichtweite. Ja, ich hab voll verkackt hier. Ja, ballert euch doch mal weg hier. Ich versuch ja. Oh, lol. Nein, nein, nein. Ich musste respawnen und er hat mich jetzt. Unfall. Nein! Was? Ach, grauen die Nüsse. Ja, kann man. Und jetzt? Ist er wieder drin? Und ich hab den Chinesen Radiosender. Yes! Und ich denke mir mein... Er hat Raketen gehabt. Nein, du bist im Weg, du Arsch! Ja! Ich hab's trotzdem. Ha! Und er hat es schon wieder first. Ja, du warst ein, ich bin im Weg, ich Arsch. Er ist einfach der Pokermeister, ganz ehrlich. Oh, der ist selig, so. Ich hab das hier. Der Pokerkönig. Yes! Der Pokerkönig. Der ist zweier Platz. Wow! Ich war's denen als Zweiter. Ich hab am ersten Platz geschnitten. Nein, ich bin rausgeflogen, weil Deco sein Wagen der dritte ist. Heiß margen. Loops ist, deswegen ist er rausgeflogen. Alter, ich hab ihn direkt vom Looping richtig geil abgeschossen, Kev. Und dann bin ich da noch reinges... Hab ich danach perfekt alles gemacht. Gerade noch, ich bin fast auch rausgefallen. Im letzten Moment noch Speed eingesetzt, bin drin geblieben. Wieder in die Mitte gefunden. Und rausgehauen, alle. Oh, es gibt 300. Und in Zukunft, Leute, eine schöne Sache. Wenn Cap es bei drei Maps first try schafft und immer erster wird, dann gibt es ein T-Shirt für lau. Da wird aber so ein T-Shirt aus dem Fenster gebrochen. Hey, Ashley hat die Schuss. Ja, aber der kommt sehr selten vor. Dann gibt's ein T-Shirt für lau, Alter. Da geht's. Punkt bekommen, beide. Punkt bekommen. Ziemlich kaputt, das Auto. Aber sieht böse aus, ne? Puh, ich... Aber mir sieht's ziemlich gut aus gerade. Kev, hast du auch deine T-Shirt-Brille auf? Nee, leider nicht. Ja, aber dann kannst du ja nicht try on. Ja, das kann ich. Das sagst du nur, damit ich jetzt einen Fehler mache, weil du hilf an mir bist. Nein, nein, da haben wir heute nichts zu tun. Ja. Oh! Oh, Kev, hey, wir sind da gefahren, Kev. Ich hab's geschafft. Das sah aber nicht ganz glücklich aus, da. Ja, das... Ich wär fast rausgeflogen. Ja, so sah das aus. Oh Gott, oh Gott, warte, ich bin hier in der Mitte. Nee, da willst du verkacken Sie? Nee, ich verkack nicht, ich hab wieder in der Mitte reingefunden. Oh! Ey, ich hab so einen krassen, miesen... Na, die haben es nicht alle geschafft. Kann ich auch nicht mehr verkacken. Aber komm mal, Tink hat da als einziger ein anderes Auto, ne? Das lag einem Auto, glaub ich, bei ihm. Ja, ich glaub schon, das ist Karma. Ich hatte einfach gerade so einen fucking, fucking Pech, ey. Wieso hast du Pech? Ich hab den einfach richtig geil abgeschossen. Oh! Ja, du hast mich abgeschossen, dann hat... Achso, danach kam noch was, ja gut. Dann bin ich rausgeflogen, wegen meinem eigenen Wrack. Pfeff hat's geschafft als erster, weil ich bin ganz knapp hier dahinter gewesen. Ich hab noch ein bisschen gewartet mit Raketen. Ich warte noch, damit ich noch finishen kann. Nee, nee, kannst ruhig fahren, ich schaff's, ich schaff's. Soll ich noch warten für... Na, halt auf die Go. Oh, es wäre schon freundlich. Guck dir, wie nett dener ist, ne? Ich bin nett, weißt du, so, ja, möchtest du warten, jo? Aber lass den Bosser überholen. Alter, bei der T20 fährt ihr Schmuf um die Kurven, ne? Schmuf. Unterbrochen ein T-Shirt-Design, das Schmuf ist. Oh Gott, das war's! Alle Designs an zuschauer.atlp-cap.de Schmuf und First Try. So, ich hab Höhen gewartet, alle kommen Ziel. Wunderbar, Leute. Bei der Platz war eine geile Map, fand ich, und krasse Aktion da im Looping gegen Dekom. Wird richtig geil, richtig geil. Und es wird noch geil weitergehen, also in einer Sekunde die zweite Map. Bis gleich. Wir sehen uns, bis gleich. Die zweite Map des Tages, ein richtig krasser Gravity Warride, ein Atom-Warride. Das ist der größte Gravity-Looping-Warride, den wir jemals gesehen haben. Ah, ich hab da nicht den T20 ausgewählt! Oh Gott, das war knapp. Oh, Alter, wer ich wollte sagen. Gravity Warride, er ist fast ein Looping. Hat noch Deko geflamed in der letzten Runde, und jetzt hat er fast selber nicht genommen. Ja, ja, ja. Cash, cash! Oh, jetzt wird hier geschäft. Ah! So, wir haben vom Stuhl gefahren. Oh, schöne Rakete vor mir. Keine Pispole, wir haben Raketen. Mhm. Boom! Tolo, Staddi, Maddi, danke für euer Sandwich. Vielen Dank, ich liebe euch, Dankeschön. Subidubi. Das Ding ist Dehner, jeder von uns wird gesandwiched, nur wir wissen mittlerweile, wie man... Was? Ich hab nicht mal die Nachricht bekommen, dass Waffen... Alter, ich hab die ganze Zeit nur gespamed. Nein! Ja, Kev, was laberst du, ne? Da hast du das, da hast du das Ergebnis. Alter, geil, ich hab Mavi nicht erwischt. Ich weiß auch nicht, ich glaub, du hast mich nur nicht bekommen, weil Dehner der Schutzengel war von mir. Ziehen sie sich! Ich hab sie... Na, hier hoch? Nee. Fuck! Jazzi! Scheiße, meiser. Jazzi, das war ein Klassiker. Wee! Wow, den abkommst du denn her? Ich bin aus dem Punkt vorbeiflohen. Was ziehen sie sich? Alter! Jetzt bin ich hier runter, du Arsch! Nein! Und es wird nicht eckig. Letzter, ich hab nach vorne geschossen. Ich hab nach vorne geschossen. Aber ich bin auf die Seite gefahren. Scheiße, 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 Leute. Wie man sich ein, umso mal runterfallen, so viel verlieren kann. Ich war zweiter und jetzt bin ich lebsam. Alter, Alter, komm, ich muss beide Speed sein, sammeln, damit Deko nichts kriegt. Nein, kann das nicht. Dann schau dich diesen Warrior der Oma an, alter Schäde. Alter, da ist er schon. Was ist das für ein Gigant? Was ist das? Alter, das ist so. Das ist so. Das ist so. Alter, war das closed? Ich hab nicht mal gesehen, dass die Raketen kommen, Alter. Ich seh nichts. Ich hab nichts gesehen, man sieht gar nichts. Ich muss das, glaub ich, in der Ego-Perspektive machen. Alter. Alter, ich war fast nur zu mir, man schafft das auf jeden Fall. Das ist ja richtig. Das hab ich nach links gelenkt und nicht nach rechts, das war so behindert. Das ist ja richtig geil. Ich nehm Witschatten von Deko. Hey, jetzt, wer schießt das schon wieder? Ich hab auch... Alter, das sieht richtig geil aus, wenn man aus der Ego-Perspektive schießt. So, was ist doch... So, du warst Ego-Perspektive? Ja, du hast gesagt, du machst Ego-Perspektive und dann dachte ich, mach ich auch. Ego-Perspektive ist verboten. Er hat gesagt Ego-Perspektive. Nein, das war ein Witz. Wir machen niemals Ego-Perspektive. Ja, ich bin wieder rausgegangen. Ach, fick mich. Ey, ich hab's fast geschafft, ne? Ey, ich bin einfacher ohne Ego-Perspektive. Ehrlich gesagt, ja gut, jetzt auch nicht mehr. Liko zeigt wieder seine körperlichen Vorzüge. Was? Ach, so ein Caption, wie so ein Geisterauto unter mir. Ey, wie? Hast du bei mir? Ey, ich war direkt über dir dann. Du musst mich weggedrängeln. Ey, davon weiß ich nichts. Kev, nicht mich ran, Arsch. Nee. Erstmal vorsorglich schon mal beleidigen. Liko hat's. Huuu. Maaain. Woh. Ey, er hat zwei... Wohli, Wohli, Wohli. Nein. Oh, Marvin, ich bin hinter dir auch nicht geschafft. Ich bin auf dem Wohli draufgegangen. Ich geh zwei Wunden bei der ganzen Sache, Leute. Eieiei. Marvin, bremst bitte ein bisschen. Was? Bremsen Sie bitte. Ich warte auch zwischen den Bogen. Wie lenkt ihr denn bei der Sache, wenn ihr nicht seht? Wie macht ihr das? Ich hab so ein bisschen das Gefühl entwickelt. Ich sehe auch ein Null. Ich hab nach Gefühl gelangt. Nein, ich hab nach oben. Das Gefühl entwickelt. Ich hab zu weit nach rechts gelangt. Ja. Wer hat's bisher geschafft? Er spürt, wo wir jetzt mit ihm reden. So, ich lass dich vor. Ey, das ist sauschwer. Ja, man darf mich zu weit nach rechts lenken, aber ich glaub, ich hab's jetzt. Hä? Ich sehe nicht mal, wo ich runtergefallen bin, ob oben oder unten. So. Letzte Runde. Ja, da ist einer. Ja, da ist einer. Ich hab's. Ich hab's jetzt nicht. Ja, da ist einer. Ja, da ist einer. Ich hab's jetzt nicht. Ja, da ist einer. Ja, da ist einer. Aber neu, Alter. Fahrt auf jeden Fall ins Ziel, falls ihr es schafft. Was? Warum schießt du mich ab, du Arsch? Was? Alter, wie hat das? Ja. Da kommt der Ziegler durch. Der Ziegler will sein Opfer, damit ich das First Try shuffle. Alter, wer es schafft. Nein! Ja, verdient, Alter. Das kam er. Den hier abzuschießen. Das ist nicht fair. Das macht man nicht. Nein! So knapp! Und da hat es jemand. Ich hab's. Ich hab's. Nein, ich hätt's Vorkäpf geschafft, Leute. Oh, das war so knapp. Alter, ich hab's. Die Kamera hat sich aber auch so knapp bewegt bei mir, dann war es viel leichter auf einmal. Scheiße. Deko hat. Was? Bewegt du die Maus oder ohne? Ich hab grad den Second Try schon verschissen. Ey, ich flieg hier raus. Ich hab das Gefühl, ich brauch mehr Speed. Ah, scheiße. Das ist Numpet. Okay, jetzt ist Marvin's First Try, oder was? Ja. Und? Alter. Das Ding ist. Nein, ich bin rausgeflogen. Und ich weiß nicht wie. Das Ding ist. Das Ding ist riesig, Alter. Ey, das klappt. Ey, das klappt. That's what she said. It's too riesig. Es kann nicht wahr sein. Ich muss jetzt hier. Ohhhh. Alter. Der größte. Es hat mir vorhin von dieser Aufnahmesession schon mal, dass ich beim WarRide die ersten gestoppt vorher und dann kam Marvin und hat mich dann mit der zweiten Runde... Ey Leute, was ist das los? Mann, da gibt's kein Gas mehr. Das ist einfach... Das ist ein WarRide, den kann ich einfach nicht. Riesig. Scheiße, Mann, ich wollte fast auf den WarRide langfahren. Das hab ich auch schon mal gemacht. Vollgas? Jawoll. Oh, oh, please. Alter. Mann, ich hab mich überdreht. Ich hab mich... Ja, ich hab mich auch schon überdreht. Oh, 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 oh. Ich kann es noch schaffen, erster zu werden, Leute, wenn ich jetzt... Dicko hat es, Dicko hat es, links, rechts, Dicko. Was, er hat es? Dicko hat es eigentlich. Halt die Schnauze. Er hat es wirklich. Du sagst, er hat es und in dem Moment fliegt ich aus dem WarRide raus. Genau in dem Moment. Er hat es wirklich. Marvin hat es. Alter, crazy. Marvin hat es. Ja, es sieht gut aus. Ich seh dich von hier. Links, links, links. Nein, ich hab... Ey, es war gerade die Lage, dass man wieder was sieht und dann fahr ich zur Seite. Ja, also mach ja. Dicko hat es. Links, links, links. Oh, hast du es auch. Dicko, links. Halt dich weiter links. Ich kann nicht lenken. Wieso? Jedes Mal, ich lenke nur ein bisschen nach rechts und ich fang es an zu überdrehen. Schneller, 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 Leute. Danke für den kleinen Ansprung. Ich hoffe, das bisschen Extraspeed wird jetzt helfen. Das ist die Frage. Zählt das jetzt? Oh, scheiße. Ich war ja nicht drauf. Ja, okay. Ich sag jetzt, für mich wäre das eigentlich First Try, je nachdem wie ihr das seht. Hast du es geschafft, Kev? Jetzt First Try. Was? So, jetzt kommt der First Try. Nein, er macht jetzt seinen First Try. Kev hat es. Nein, Kev hat es, ey. Ah, ich hatte es nicht geschafft. Genau als ihr gesagt habt, bin ich abgerutscht. Genau als ihr gesagt habt. Genau als ihr gesagt habt, bin ich abgerutscht. Genau als ihr gesagt habt. Deko links. Weiter links. Deko hat es wirklich scheiße. Deko hat es. Deko hat es. Deko hat es. Deko hat es nicht. Was der Marvin gerade durchzieht. Puff. Marvin hat es auch. Ich habe es auch. Kaum hat man es, haben es alle. Alter, das ist eine haarige Geburt. Jetzt komme ich jetzt wieder dahin. Ein. Oh. Falsch nicht. Dena hat sein First Try. Ja, der Erste kann schon mal ins Ziel fahren, Deko. Geil. Der ist schon. Der ist schon ins Ziel gefahren. So. Dena hat ein First Try. First Try. First Try. Babababababa. Ah, so knapp der First Try. Sollen wir reinfahren oder wie? Nein, einen zweiten. Ein, ein, ein. Second Try. Brauche ich noch. Okay. Ja, warten Sie auch Marvin. Second Try für... Hallo. Second Try für Dena. Jetzt wollen wir rein. Hä? Ich dachte, er will doch noch einen zweiten Try. Ja, einen zweiten Try. Ja, ja. Beruhig, bleib ruhig, bleib ruhig. Ah, ne. Viel zu weit. Ah, Gott, 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 Gott. Yes. Third Try. Alter. Hat er? Hat er gemacht? Ah. Zageli, zack. Da kommen wir, Leute. Da wartet der Cav schon nach unten. Ach, da ist das Ziel da wieder. Ja, deswegen wir warten hier. Okay, das ist sehr, sehr nett von euch. Alter, aber Dena Second Try war echt schon krass, ne? I do appreciate this. Ja, Cap als First Try hat er macht am Ende. Oh, Leute. Sieher, Cap! Sieher! Er fährt wirklich ins Ziel, dann schafft es Dena doch gar nicht. Da ist er! Da ist er! Wie asozial! Oh! Oh! Schreibt die Bestreibung bei den Losers aus, denn dort habt ihr den Map-Download. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder und in drei Tagen bei Dena. Bleibt geil und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao! 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 Ciao!